Bei Sangobar kann man als Ingenieur seine Ideen und Konzepte umsetzen und selbstständig daran arbeiten. Mich hat in den ersten Tagen überrascht, wie familiär und wie gut die Arbeitsatmosphäre ist und wie nett man aufgenommen wird, das war wirklich ein super Erlebnis. Die Vielfalt, die Sangobar jetzt an Produkten innehat, die kannte ich vorher nicht. Ich dachte, als Ingenieur sitzt man hauptsächlich im stillen Kämmerlein, aber das ist bei Sangobar nicht der Fall. Man kann überall mitarbeiten, man interagiert mit verschiedenen Positionen und das macht sehr viel Spaß. Mein Job ist Anwendungsingenieur bei Sangobar. Ich arbeite dort im Bereich der Automobilbranche. Sangobar ist Zulieferer für Gleitlagertechnik und dort im Außenbereich des Autos, sprich alle Türscharniere, Klappenscharniere. Sangobar geht weg von klassischen Hierarchien und führt Teams ein, die projektbezogen arbeiten und wo es keinen übergeordneten Chef mehr gibt. Und da ist jeder gleichberechtigt und jeder kann gleichermaßen mitarbeiten. Wenn ich das früher bei Sangobar gewusst hätte, was ich heute weiß, würde ich wahrscheinlich schon ein Praktikum bei Sangobar machen, bevor ich im Beruf bei Sangobar einsteige. Und da ist jederzeit, was ich heute weiß, was ich heute weiß, bei Sangobar. Ich bin ein Praktikum bei Sangobar. Ich bin ein Praktikum bei Sangobar. Ich bin ein Praktikum bei Sangobar.